Hallo zusammen, was gibt es Neues aus dem Rathaus? Es gibt eine ganz wichtige Neuigkeit. Gestern hat der Ausschuss für Stadtentwicklung getagt und unter anderem haben wir uns mit der Zukunft der Rathausstraße beschäftigt. Das hat viele Grävenerinnen und Grävener in den vergangenen Monaten auch sehr beschäftigt. Denn es ging hier um die Frage, soll die Rathausstraße im Einbahnstraßenverkehr oder im Zweirichtungsverkehr geführt werden? Der Verkehrsversuch diente dazu herauszufinden, ob dies möglich ist. Wir haben viele Diskussionen geführt und viel darüber gesprochen. Mir war es aber wichtig, dass wir bis zu der Sommerpause auch endlich mal eine Entscheidung treffen und diese Diskussion auch beenden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hat gestern eine Vorentscheidung getroffen. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder hat sich für einen Zweirichtungsverkehr ausgesprochen. Das heißt kein Einbahnstraßensystem, sondern Zweirichtungsverkehr. Und diejenigen, die sich so ausgesprochen haben, sind der Auffassung, und dieser Auffassung schließe ich mich auch an, dass die Vorteile des Einbahnstraßenverkehrs nicht die Nachteile überwiegen. Gleichwohl muss es baulicher Art trotzdem dazu kommen, dass die Rathausstraße beruhigt wird, dass vielleicht Tempo 30 reinkommt, dass der Verkehr langsamer durchgeführt wird, dass sie hier attraktiver wird auch für Fußgänger und für Fahrradfahrer. Das ist eine schwierige Diskussion. Die finale Entscheidung wird dann in der Ratssitzung getroffen. Nach jetzigem politischen Meinungsbild sieht es aber danach aus, dass, wie gesagt, die Einbahnstraße nicht kommen wird. An dieser Stelle möchte ich aber darauf aufmerksam machen, dass wir gleichwohl an die Rathausstraße nochmal herangehen werden und es so aussieht, als würde jetzt die Einbahnstraße kommen. Zur Erinnerung. Wir hatten ein Hochwasser Anfang des Jahres, welches die Kanalisation total unterspült hat. Wir mussten sie behelfsmäßig flicken, aber das war keine langfristige Lösung und wir müssen nochmal an die Kanalisation dran. Und deswegen wird es für ein halbes Jahr etwa nochmal eine Baustelle geben, wo wir die Rathausstraße sanieren, beziehungsweise die Kanalisation sanieren. Und deswegen ist das mit Straßensperrungen mit verbunden. Da bitte ich um Nachsicht. Das muss einfach getan werden. Das hat aber nichts mit verkehrsplanerischen Maßnahmen zu tun, sondern mit unserer Kanalisation, damit da auch alles gut funktioniert. Den Wochenrückblick möchte ich nutzen, um Glückwünsche rauszuschicken. Und zwar an die Schülerinnen und Schüler, die die Schulen verlassen. An die Entlassfeier, an die Jahrgangsstufe 10 der Anna-Frank-Realschule, die Jahrgangsstufe 10 der Nels-Mandela-Gesamtschule, der Abiturienten und Abiturienten der Nels-Mandela-Gesamtschule und des Agonisianus-Ukanasium. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Ich werde es ja auch im Rahmen der Veranstaltung nochmal persönlich übermitteln. Wünsche euch alles Gute, macht das Beste raus. Ihr wart auf super Schulen hier in Greben, seid bestens ausgestattet mit allen Kompetenzen. Macht darauf was und das Wichtigste, setzt euch ein für eure Gesellschaft, für eure Community, denn wir brauchen euch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch ein schönes Wochenende. Vergessen Sie nicht, heute gibt es noch den Genussmarkt, wenn das Wetter hoffentlich passt. Und dann sehen wir uns vielleicht am Wochenende. Schönen Grüße, ihr und euer Dietrich Arden.